ja hallo willkommen mein namen ist dann die rt und ich begrüße euch zurück zu let's play crash bandico 2 korte schickt zurück und crash gut die ganze zeit akku akku an er was willst du guck mich nicht so an okay wir sind bei cold hard crash jetzt angekommen level 18 und ja wie es aussieht brauche ich jetzt für jeder level für jede ja für jede level ein part super nicht gut hier nichts mehr so mit 15 minuten parts habe ich so ein gefühl musstest und auch ein akku jetzt falle ich irgendwo und wir haben spaß eures lebens warte aber eine plattform euch gesehen da macht man hat da schon wieder ab da gesehen keine ahnung so gefühl die level wird nicht so schwer jetzt geht es wieder hier so rein irgendwo jetzt schon 22 kisten hallo akku akku du bist nicht im spiegelbild bist du ein vampir also ich dachte im spiegel konnte man mal sehen man hat man nicht so bekloppte sachen ja mein akku verloren ich wollte guck mal kaputt machen kann ich weiß nicht so wie sich das jetzt anhört hat so macht man hat ... 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 also ich kann jetzt beinahe gegen die decke durch die eis kaputt mann und sagt sehr geht ja du nur so dass anstupsen ich lieber vorsichtiger jetzt was habe ich denn hier aktiviert hat ja ich muss dazu aktivieren da schon wieder so ein ding und ich bin auch entschieden irgendwie mehr oder weniger das single demos geben und leben oder so nein dann verreckt kisten außer die die bleibt eisern ja hat So, und Checkpoint, immer noch nicht fertig hier. Geht doch noch ein Mann. Oh, warte mal. Boah, ich dachte, er würde aktivieren, wenn er... Wieso hab ich den überhaupt getötet? Ich bin gestoppert. Lass mich, oh Gott. So, glaube ich, nur Akko, Akko. So lange ich nur links laufe, kann ja nichts passieren. Ha. Ja. Meine Lebensanzahl erhöht sich. Egal. Ich geh nochmal zurück. Nein. Ho. Hoa. Wutsch. Immer noch nicht fällig. Mein Gott, wie viel. Ja, jetzt fängt er an sich zu drehen. Oh, da ist der Kristall auch endlich. Ich hab den wieder vergessen, ey. Geh weg. Oh, die Rolling Stones. Was machen die denn hier? Boah, das war knapp. Ja. Ja. Er hat sich schon so ausgeweiten mit seinen Nageln, aber ich so, ne. Das ist ganz schön viele Kissen, wahrscheinlich hab ich irgendwo eine verpasst, ey. Irgendwie so ein Bonusdinger und was weiß ich. Ich würde mich voll aufregen. Ja. Aber das passiert, wenn ich jetzt da drunter gewesen wäre, hab ich dann weg gewesen vom Fenster. Nein. Warum? Mit vertagt. Aber schon wenn ich die ersten Level wieder machen kann, dann wird es ja wirklich ein bisschen einfacher sein, die Edelsteine zu bekommen. Aber ich gucke mich doch wie ein Blöder und so. Ja, da war irgendwo so ein Ding, ne. Egal. Ruination. Level 19. Bad. Rein da. Schon wieder zwei Edelsteine, wie soll ich in die Halle kriegen? Erstmal ich kristalle. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein 100% dran mache. Es wäre nicht so schwer wie im ersten Teil, also. Oh, ne. Ruinen. Die gehen nie gut aus bei mir. Pff. Hier setze ich jetzt erst in Bewegung. Egal. Was wird? wie Kung Fu Affen. Wie? Jede eigentlich noch warten müssen. Das krieg ich. Tote die. Ich hoffe, das waren alle. Wie erlebt noch. Wie, da ist noch eine übrig. Ja, da komme ich einmal und gucke, was hier los ist. Und dann... Was ist da oben? Oh, Hullegaat! Danke. Aua. Meine Güte. So ein Kack schon wieder. Das lässt sich nicht töten. Ne. 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 Ich mache so Ruin leer. Nicht. Nein. Das ist Peter hoch. Nein. Ja. Boah. Wieso kriege ich jetzt kein Ding ins Meer? Boah, ist das drückig, ey. Wie soll ich denn dann machen, wenn das Ding da ist, ey? Hey, mit dem komme ich nicht klar, ey. Den auch nicht, ey. Also kannst du dich mal treffen lassen. Einmal. Ich treffe den nicht im Sprung. Was soll denn? Was soll ich denn? Da geht mir Akkorko. Da. Was zum Teufel. So. Oh, leck mich. Boah. Das sollte mal so krass sein. Ich wollte die anderen Wuppe Früchte haben. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, mein Gott. So gut. Ich hab' ne Idee. Oh. Nein. Was zum Teufel? Warum rutsch' ich denn da ab, Mann? Oh. Was ist denn das, ey? Ey. Fuck, G-Block. Random Schimpfwort. Da, meine Güte, ey. Ich hab' schon... Du bist hier schon wieder freck, ey. Ich hab's doch nicht, ey. Schämt sich doch jeder andere. Ja, andere Crash Bandicoot-Spieler. Also, ja, da kann ich nicht, ist klar. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich hab' halt ein paar Probleme, okay. Geh' hier halt' ich kaputt. Das war's leider schon wie. Ja. Oh, hi. Na. Oh nein, nicht so weit. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1 3 3 4 5 6 7 8 was ich hab dann nicht alle kisten auf jeden fall ein leben dazu nein was ist das er wegen so einen scheiß die ganze zeit strecken muss das seine meine guter lief alles perfekt gibt es doch nicht ist das mein freund passt oh mein gott langsam und vorsichtig das spiel ist schwer wenn man es nicht kann so meine güte 4 5 6 7 8 was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 was schon wieder bei nein was ist das bin ich nur so blöd oder jetzt kann ich das schon wieder machen welche schafft den sprung ist man nicht gibt es noch nicht sind für den dreck wie oft ich hier an den bonus wenn die frecke aber jetzt nicht gedacht hat man so oft bei dem freck oder ich habe überall die gleiche machen alter geht auch volle möhre ein eine güte ist das wesentlich dafür dafür leben ich habe auch brauche ich wissen wir dem letzten wort kommen als ja los geht 3 3 4 5 6 7 8 9 was so wer meine güte und warten so schwer jetzt muss der wird wahrscheinlich schwieriger als die gesamte level aber ich jedenfalls sonst krieg nämlich probleme da kommt schon wieder so ein affe bisher ich brauche ich ja gar nicht irgendwie abteilen also kisten wunderschöne kisten wunderschöne kisten ja mal wissen wie man irgendwie bestimmen kann wohin die gegner rutschen wenn man die so an dreht oder anrutscht wird meine güte wir haben schon ein paar dämliche tode gesehen wunderschöne kisten wunderschöne kisten wunderschöne kisten wunderschöne kisten wunderschöne kisten also somit der perspektive zu spielen wunderschönen kisten was ist denn es war bloß nicht dass ich versuche das ding erstmal zu holen ich moment mein checkpoint so eine grandiose idee ja genau deswegen ich bewege ich habe unterweist hatte wie jetzt die stadt darauf dass nichts passiert dreck okay nein was hatte ich will raus Hilf mir, hilf mir Ratten. Mann, was ist das für ein Dreck? Ey, ich werde da auch untergeschubst. Ey, ich kann sowas nicht, ey. Ich freue mich wirklich, wie das Spiel abgelaufen ist, wenn ich mit einem Analog spielen könnte, weil... Ich kann nicht mehr mit dem Steuercot spielen, ich kann halt nicht mehr. Au! Ey! Willst du mich verarschen? Boah, das ist doof. Langsam rege ich mich hier auf. Ich muss gleich wieder Level fahren und so. Boah, wie kann es sein, dass der Ding keiner jetzt mal getroffen hat bis jetzt? So, meine Güte, ey. So, wer hilft, die Klapp-Baumstelle, ey. Du Pisser. Du blöder Pisser. Wahrscheinlich fehlen mir jetzt ein paar Sachen, ne? Nein, Gott sei Dank, ich will die Lerbe nie wieder sehen. Aber jetzt ist er noch irgendwo einer, glaube ich, versteckt. Vorgant hat er weg. Ja, wie ist es gleich, die Party zu beenden. Oh, war. Ja, 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 ja. Sehr gut. Sire Nation, abgeschlossen. Irgendwas mit Bienen sehe ich gerade hier. Super. Ja, die hat mich ein bisschen aufgeregt, die Level. So, der letzte Level wäre Behaving. Okay, dann würde ich aber sagen, ich beende den Partier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Für Let's Play Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich aller herzlich für Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.